Aber das ist halt ein Meister auf der Lidje, der ahnt diese Dinger, der springt genau im richtigen Moment, super Parade. Die Ecke kommt rein. Ein Seitfallzieher, wie man ihn nur ganz, ganz selten sieht. Das war eine fantastische Aktion, was für ein Tor. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann ist es einfach nur noch ganz viel Gefühl. Das war ein Tor, das war ein Tor, das war ein Tor.